21, 30, 40, 50, 56 56 polymeer das kannst du gleich wie gesagt hier schicken kann einer von euch ein adler nehmen oder da guter nütz ein kürzer und kann direkt hinfliegen und das abholen da muss ich darauf achten dass ich wieder ein bisschen mehr polymeer dabei habe und so weiter und so fort das ist ja ich wohl die material mitgenommen oh gott welcher der schaden ist schon lange da ja schon sehr lange da der schaden war wie jetzt bleiben blumenbildes schaden das war ja noch nie ich auch nicht 60 61 polymeer habe ich jetzt verdammt scheiße es wird jetzt abend das ist doch kacke dann kann man so schlecht die scheiß sicher finden oh halt mal hier 21 проблем du ja du Alter, du sollst landen, du Drecksvieh. Gott verdammt! Nein! Komm schon! Sehr. Da ist noch ein Finguin. Ich glaube, jetzt habe ich genügend Pulli mehr. Wie viele Pulli mehr habe ich? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 79. Ja, das reicht. Jetzt noch schnell zurück zum Schiff. Und dann kann ich die restlichen zwei bauen. Ich habe nicht zwei Stück schon gebaut, ich hatte selber noch Cementing-Paste. Ich habe meine Cementing-Paste erst mal genommen. So, Prime, Prime. Das ist vielleicht Pulli auch nicht mehr, das kann man jetzt aufbraten. So, ich mache mir jetzt auf dem Rückweg. Hey. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wozu nehme ich wohl jedes Mal den Hirschlaguna? Und, den Hirsch hätte man wieder zurück mit dem Vogel zurückholen, ne? Aber okay. Oh Gott. Ich komme endlich in den Scheißfahrstuhl rein, bohne, geiler Scheiß. Ich hoffe, der Quetzte passt auch auf den Fahrschul. Sonst haben wir ein Problem. Mal gucken, vielleicht hole ich mir gleich nochmal Silizia-Pernsicherheitshalber. Mal gucken, die Lichia-Pern sind jetzt weg. Ach ja, wenn ich es baue... Wenn ich es gleich baue, sollst du bei mir in der Nähe sein, Laguna, wegen einem EP. Ich denke mal, das bringt ein bisschen mehr EP, weil das nicht gerade leicht zu bauen ist. Mal gucken, wie spät haben wir es eigentlich? Ach ja, mal gucken, vielleicht halte ich mir gleich ein Spinner. Oder soll ich lieber doch noch warten? Ja, jetzt... Ja, ich denke mal, ob ich lieber warten soll auf meinen täglichen Disconnect oder doch lieber... Ja, ich weiß nicht. Tobi, hast du mal die Zementing-Paste sonst kurz zum Hafen gebracht? Ja, ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach ja... Und... Äh... Yeti-Tobi denkt auch schon drüber nach, keinen Megalodon oder so zu holen. Soweit ich es jetzt verstanden habe. Ja. Weil, äh... Ein Krokodil ist schneller. Der Fien, denke ich auch schon drüber nach, den wegzulassen. Weil, äh... Ich habe gesehen, wie schnell, äh... Wie schnell wirklich der Sarko ist. Und der... Den kann man am Land und im Wasser haben. Äh, und da ist ein roter Strahl aufgetaucht, glaube ich. Krokodil. Krokodil. Nicht Banana Joe? Ja.